Musik Unter Fotografen Nina Hagen zu fotografieren gilt als russisches Roulette. Die Frau ist eine, die zwar nicht dievenhaft ist, aber garantiert eigentlich Termine nie einhält. Daten oder Uhrzeiten plötzlich ändert oder kurz vor der Produktion ändert. Es ist einfach abenteuerlich, mit ihr zu arbeiten. Natürlich, ich habe es versucht, weil eigentlich in meinem Bereich sehr viele sogenannte schwierige Personen in den vergangenen 35 Jahren irgendwie unterkommen sind. Aber letztendlich haben sich alle dann irgendwie mal doch irgendwie vor der Kamera sich artig gehalten. So, beim Nina Hagen waren wir am MTV Berlin und sie sollte ein Interview dort aufnehmen, wo schon in den zwei Stunden Verspätung war. Also es hieß eigentlich, die Live-Sendung sollte schon laufen. Und ich war vor der Live-Sendung sozusagen als Slot von der Plattenfirma eingeplant. Nach langer, langer Warterei kam ein Herr, der eigentlich sich als Ninas Manager vorgestellt hatte und sagte zu mir, dass die Dame dann tatsächlich nach dem Interview doch zur Verfügung steht. Somit verging noch mal eine Stunde und dann etwa mit drei, dreieinhalb Stunden Verspätung konnten wir anfangen zu fotografieren. Nina wollte das nicht. Mittlerweile hatte ich auch absolut keine Lust, irgendwie die Fotoproduktion zu machen. Aber wir haben uns verabredet, fünf Minuten untereinander wirklich konzentriert zu agieren. Und Nina fing an, nur noch irgendwelche Idiotie und Spaß und Aktionen irgendwie zu starten und ich mit der Kamera hinterher. Und siehe, es sind unglaublich coole Bilder entstanden, weil es einfach weder kontrolliert war, noch irgendwie diese Bilder so gestellt sind. Es ist so, wie die Niedener Hagen quasi zwischen MTV-Studio und Autorücksitz für fünf Minuten sich verhalten hatte. Das ist die Geschichte zu diesem Foto. Untertitelung des ZDF für funk, 2017